Haben Sie eine interessante Ausschreibung der Landeshauptstadt München entdeckt? Und möchten Sie eine auftragsstarke Kundin gewinnen? Dann schnell registrieren auf unserer e-Vergabe-Plattform. Die Verwaltung der Landeshauptstadt vergibt jährlich viele Aufträge. Von Liefer- und Dienstleistungen, über Bauleistungen bis hin zu Wettbewerben. Um an einer Ausschreibung teilzunehmen, ist eine Registrierung die erste Voraussetzung. Und noch einen Vorteil haben Sie davon. Bei kleineren Aufträgen hat die Landeshauptstadt Sie als Anbieter auf dem Schirm und kann Sie bei Bedarf direkt ansprechen. Und so einfach geht die Registrierung. Klicken Sie unter dem Reiter Mein Konto auf Registrierung. Oder wählen Sie innerhalb einer Vergabe den Button An Ausschreibung teilnehmen. Klicken Sie auf dieser Seite einfach auf den Button Registrieren. Nun tragen Sie die Daten Ihres Unternehmens ein und bestätigen diese per Klick auf Weiter. Anschließend geben Sie noch Ihre Benutzerdaten ein und akzeptieren die Teilnahmebedingungen. Wichtig! Registrieren Sie Ihre Firma bitte nur einmal. Weitere zuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Sie nach erfolgter Registrierung hinzufügen. Nochmal alles in der Übersicht checken, Aktivierungsmail bestätigen und fertig. Wollen auch Sie sich mit wenig Aufwand die Möglichkeit auf eine zuverlässige Kundin sichern? Ja! Dann registrieren Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres Bieterpools. !